Von euch ist es in einer anderen Folge von Let's Play Resident Evil 5, wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben, wieder mit ein paar Fails, aber keinem Tod. Und dann lädt man seine Waffen nach, wenn er kann und ansonsten schauen wir mal, was wir hier zusammenmixen können, weil immer wer wenig platzt. Oh Gott. Ich würde sagen, lad nach, nimm das Kraut mit. Ja, ruhig. Handcreenading. Was ist das hier? Samestrass. Das heißt, es kommt für den Boss, oder wie? Ich merk's doch schon. Das kann sein, dass jetzt bald ein Boss kommt. Ja, also sobald wir durch die Tür gehen. Nein, weiß ich nicht. Ich glaub, das Kapitel ist noch nicht so schnell vorbei. Aber wie wenn's nicht. Ich weiß nur, dass das Schriften hier nicht so viel Spaß machen wird. Geld, 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 Geld. Nein, doch nicht in Löcher springen. Ich mag aber Löcher. Okay. Und dieses Sobic von... Nein, wollte ich grad sagen. Alle, die das jetzt... Nee. Von denen distanziere ich mich. Also auch von dir. Tschüss. Ah, sie hat auch grad so big gesäufelt. Alter, was ist denn hier los? Hat mir nicht mal ne Treppe, Junge. Geld. Das für ein Gerät. Ist das? Was ist denn ein SG? Was ist denn ein SG? Oh, ist das nice. Eigentlich hättest du die Nähe müssen, glaub ich. Was ist denn ein SG? Was ist das? Was ist das? Hallo. Hab ich doch grad gesehen. Ja, aber was ist das denn für ne Waffe? SG ist ein Shotgun, Junge. Ja, der ist doch gut. Ich hab mir grad das neue gekauft. Tja. Weil ich hatte auch noch das Problem. Vier Waffen mit, Alter. Nein, du kannst das am Ende vergleichen und gucken, welche besser ist. Bei mir hab ich auch nicht immer die bessere gesungen. Ja, ich weiß, die eine kommt auf jeden Fall weg. Ich hab nie die... Statt jetzt hab ich jetzt vier. Ich hab halt einmal nicht die bessere genommen, deswegen. Oh, Blümchen. Oh, die dumme Kuh. Ich hab ne Granate in der Hand. Oh, ne, was hat die denn geguckt, als er so schön zugemacht hat? Ich hab ein paar schmutzige Filmchen geguckt. So sieht's doch aus. Ich hab' dir geblieben. Ich bin geblieben. Die ist doch weggerannt, das ist doch nicht tough. Ich hab' dir geblieben. Hallo? Ich mach erstmal den Laptop an. Den kommst du doch. So, wenn ihr jetzt wieder lesen wollt. Gerne. Boah, das war das gleiche. Egal. So muss ich das auch kaputt machen. Ja, ich weiß, ich hätte es nicht mehr. Messer nehmen können. Ist okay. Aber ich habe eh gerade so viel Money, dass er sein geht. Aber noch mehr grünes Kraut. Ich habe keinen Platz mehr. Aber warte mal, ich habe auch keinen Platz mehr. Aber ich hatte nur eins. Und ich hatte schon einen verbunden. Äh... Ja, den machen wir hier weiter. Kann mir ja gar nicht vorstellen, was jetzt kommt. Vor allem, wenn du wieder vorläufst. Alarm! Alarm! Wo ist Gott? Oh. Was denn? Warum gibt es eigentlich keine weiblichen Zombies? Oh je. Die schießen ja von überall auf einen! Hilfe! Du lieber Wett. Das hört sich doch nice an. Boom! Wo sind die von da oben? Ich habe hier noch gesehen. Da kann ich gut draufsnipern. Hallo, bitte. Hä? Ach, Shever. Oh, das kommt von unten. Nee, ich komme nicht on. Aber ich gehe nach unten. Von hier oben könnte ich das vergessen. Ich glaube, das ist noch ein grünes Kraut. Ich glaube, das ist noch ein grünes Kraut. Oh, da kommen sie raus. Ich komme jetzt. Was ist denn hier los? Ich brauche viel Moni hier. Ich kann jetzt gut zielen. Oh, hallo. Äh... Der ist ja neben mir! Stopp! Äh... Äh, das macht gleich Boom. Oh, der hat selber Boom gemacht. Äh... Ich weiß gar nicht. Kommt man nochmal hoch, wenn man unten war? Weiß ich nicht. Weil hier ist Rotgewehr Moni. Naja. Tut mir leid. Irgendwann die Gegner. Da stehst du. Ich guck mal, ob man nochmal runterkommt. Irgendwann runterkommt. Ja, auf jeden Fall nochmal ein nices Loch zum Reinspringen. Ja, da soll man auch hin. Okay, hier ist ne Trick. Also, wenn du die Moni haben willst, musst du nochmal hochgehen. Oh, ich hab Rücken gerade, Alter. Oh, man. Oh, das Kraut. Wo denn hochgehen? Ja, weil da oben einmal Moni ist. Und hier ist ein Kraut, das nimmt sie... Ja, da wo die Treppe ist. Was ist denn die Treppe? Die Leiter meine ich. In den Leiter. Du bist doch schon richtig. Hier. Oder? Hä? Das war doch hier. Hier. Da kann man nicht mehr hoch. Haben sie kaputt gemacht. Ja, okay. Ich nehme das grüne Kraut und mixe. Mixery. Wo denn? Hier. Ja, gut. Das wusste ich nicht. Das ist halt ne kaputte. Ich dachte, ich könnte dich da vielleicht hochschmeißen. Schmeiß dich gleich auch irgendwo hin. Na? Hallo? Oh, da sind Gasflashen. Die hätte sie auch nutzen können. Da ist wer noch. Hä? Okay. Ja, könnte ich dich schon mal bevor wir überhaupt da sind. Bist du schon runtergegangen? Ja. Hm, warte noch mal. Was ist, wenn du stirbst? Ich sterbe nicht. Ich habe keine Munition mehr. Sehr gut. Ich habe leider, ich hätte es auch nicht mitnehmen können. Das ist halt auch nicht gut. Aber ich habe einen Schockstab. Ich weiß nicht, ob der so gut ist. Ja. Nee, nee. Gut und günstig. Ja. Ja, das passt sogar. Oh man. Aber warte, ich mache das. Wow. Oh nein, der platzt. Oh nee. Du musst aufpassen. Das tötet dich sonst. Dieses, den Schwanz kann man angreifen. Der macht ihm Schaden. Sehr gut. Der ist tot. Hallo. Fortgewehr. Cool. Hallo, stopp. Moni. Für dich. Wie ich dich an einem Bein noch sehe. Oh, das war doch eine Objektiv. Aua, Rücken. Aua, Rücken. Aua, Rücken. Nein, du brauchst noch besser einen Stuhl. Das ist jetzt bald auch so eine Sache, die wir uns leisten. Oh nein, ich weiß, was hier passiert ist. So ein geil, 500 Euro Stuhl. So, wir können die Flaschen nutzen, aber wir müssen aufpassen, wo die Gegner stehen. Hier ist einmal ein Schrotgewehr Munition. Ein Schrotgewehr Munition. Naja, einmal halt. Ach da. Und ein rotes Kraut. Ja, leck mich. Ähm. Klipp, 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 klipp. Oh, noch mehr Schrot. Und noch mehr Kraut. Oh nein. Und ein Piu-Piu-Mann. Ach du lieber goldstätig. Oh, der hat ne Minigun. Wir müssen den sowas von kanonieren und weghauen. Der tötet uns mit einmal sonst. Wir könnten es halt auch ein rotes Kraut. Ähm. Wo ist denn der genau? Ich weiß es nicht. Auf der Karte sieht man den, glaube ich. Oh Gott. Man kann sich verstecken, aber der kommt hinterher. Äh, umdrehen. Oh mein Gott. Was warst du das? Nein, das war er. Dann setz erstmal grünes Kraut ein. Da oben liegt ein rotes. Hier unten liegt ein rotes. Gut. So. Und jetzt muss man aufpassen. Wir können fliehen. Fliehen. Wir können die Gasflaschen benutzen. Wir können Deckung machen. Aber wie gesagt. Da ist noch ein grünes Kraut. Ja, ich muss... Florian. Der ist da oben. Der kommt runter. Der will grad springen. Aber er verheddert sich da echt. Der springt, nicht? Was macht der da? Der kann nicht springen irgendwie. Ist der zu doof? Ich versuch mal von uns. Mir war er eben unten. Jetzt ist er wieder oben. Bei mir steht er die ganze Zeit hier oben. Lebt er noch? Ja. Ich schieße ihn von Himka an. Ich schieße ihn in seinen Arsch. Und der bleibt die ganze Zeit oben. Ist der schlecht, alle? Hä? Bei mir brotet er sich die ganze Zeit runter. Rot. Wow, der sollte zu stark sein. Hier liegen halt ganz viele Kräuter. Grünes Kraut. Da unten liegen noch Kräuter. Grün mit Rot mischen ist das Beste. Perl! Such dir noch ein rotes Kraut. Hier liegt irgendwo noch ein rotes rum. Da unten ist Grün. Wo ist Rot? Ich nehme das Grüne. Ja, mein Gott. Der ist schon wieder festgepackt, Alter. Ich fand den Kampf richtig spannend und Spaß. Ich weiß gar nicht, was du willst. Hallo? Hier sind zwei Brandgranate. Hier ist ein rotes Kraut. Kommst du runter? Nee, nimm du. Ich kann nicht. Ich hab... Du hast dann eh noch einen Platz frei. Ich hab keinen Platz. Ja komm, Elia. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier an der Ecke. Da wo man herkommt. Da wo du hingehörst. Da wo ich hingehöre. Hä, da liegen Brandgranaten. Ja, da in der Ecke. In der Ecke, Ecke. Nein, in der anderen Ecke. Da die rechte Ecke. Du bist in der linken Ecke. Ja, da. Krass. Da sind wir jetzt nicht gut, äh... Oh, ich hätte meine Minen noch nehmen können. Krass. Naja. Zwei? Hä? Wo kriegen wir denn noch ne andere Schlüsselkarte her? Ja. Gibt die hier noch irgendwo rum? Und wo muss ne Schlüsselkarte sein? Finde ich jetzt doof. Ja. Hier bestimmt. Ja, hier im Tresor ist die Schlüsselkarte. Ich wusste es. Ach, wie doof, ey. Das wäre cool gewesen, wenn er gekommen wäre, wenn man die eingesammelt hätte. Meistens bei Rehsie so. Kling. Immer diese Doppelklöpfer. Oh nein. Die töten uns, das weißt du schon. Der kann die Kisten kaputt machen. Oh, das war krass. Wo ist der andere? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Wo ist der andere? Ja. 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 Ich bin ja gleich da. Warte. Lebt der noch? Ne. Hier ist ein grünes Kraut. Ja. Kann ich nicht nehmen. Ich hab kein Problem. Vielleicht hier ist Schrotgewehr Munition. Komm erst mal zu dir. Maschine. Ich komme und dann schon alles besucht einfach. Ja, aber wie gesagt, wenn du Schrotgewehr haben willst, liegt am Anfang. Wenn die nicht zu faul wäre, wieder zurück zu gehen, würde ich sie holen. Ah, da sieht man sie sogar. Der holt sie einfach nicht. Der ist so faul aller. Soll die Tür zumachen? Ja. Komm jetzt Fahrstuhlmusik. Ach man. Mein Arm macht Aua. Und nicht der schon wieder. Weißt du wie er heißt? Nein. Wesco. Albert Wesco. Mein Gott. Immer wieder diese Sequenz. Alter ist der Text lang geworden. Das ist eben übrigens Spencer. Oswald E. Spencer. Der Gründer von Umbrella. Oh, vom Regenschirm. Ja. Obst du auf, Opie? Das ist für einen, der das Recht zu sein sein hat. EARK EEN. Oh, nice. Mal sehen. Das Recht zu sein. Nein, das ist für eine, die das Recht für ein Gott zu sein ist. Oh, nice. Mal sehen. Ich dachte, du magst ja es gar nicht. Ja, deswegen, ja. Ja, warum tötet ihr denn aber der Opi? Der arme Spencer. Da werdet ihr bei anderen Resident Evil mehr erfahren über ihn. Der ist hier so eine Nebenrolle, nur so ein Rückblenden. Aber wir werden ja auch die DLCs spielen. Also werden wir ihn noch ein paar Mal sehen. Glaube ich. Keine Ahnung. I think. Wir nennen den Partei, wir nennen den Partei, der right to be a guard. Ja, das war's. Das ist ein guter Teil. Oh, ich hab sogar wieder eine Bewertung gekriegt. Und natürlich war ich wieder besser als Flo. Ja, natürlich hast du mehr Gegner besiegt. Du rennst ja auch immer vor, Jung. Ja und? Aber auch wenigstens mal die gleiche Zeit. Ja, wow. Ja, aber im letzten machst du mir keine Zeit. Im letzten macht ja nichts. So, jetzt kannst du ja mal gucken, ob die eine besser ist oder oder no, Failbreaker heißt das hier. Die Ladegeschwindigkeit ist halt besser, aber die anderen beiden Sachen halt nicht. Also ich würde das nicht machen, wenn ich so wäre. wäre deine Sache. Haben wir noch ein paar Schätzchen hier. Ich hab mir auch gelesen, die letzte Sniper bekommt man nur, wenn man die erste Sniper bis auf Maximum verbessert. Deswegen werde ich das jetzt angehen. Vielleicht schaffen wir das noch, vielleicht nicht. Äh, ja. Was kann man denn hier verbessern? Feuerkraft. Kapazität. Nein, ich will doch. Ich will doch. Leider, das kann man so viel noch verbessern. Ich hab' der Sniper, das ist das Maximum. 50 ist Maximum. Ist ja krass. Man kann eine neue Magnum kaufen. Ähm. Ja. Hab ich schon gesehen, aber die ist nur Ladegeschwindigkeit besser, kapazifiert als ich vielleicht da. Und wie ich grad hab, wie es geht. So, deswegen. Ja, wahrscheinlich. Wir hoffen auf den Kanal, dass euch dieser Part gefallen hat. Und ihr werdet auch in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 5 wieder einschalten. Also nicht verpassen, Like da lassen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.